Ich habe ein bisschen was mitgebracht, ich sage es euch direkt, so wie es ist, ja, denn ich habe hier meine Kiste mitgebracht. Ich habe zu Hause in meinem Schrank, ich habe so einen Schrank für Parfum, ja, also was heißt Schrank, aber das ist halt in einer Wand drin, also ein Wandschrank im Grunde genommen. Sind halt meine ganzen Parfums drin und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe angefangen, die Sachen einfach zu ordnen. Das heißt, ich habe immer so eine kleine Kiste, nee, ist nicht Louis Vuitton, ist, ähm, wo kommt die her, ich glaube von Depot oder so, also super cheap eigentlich. Ähm, aber schön, dass das so aussieht wie Louis Vuitton. Stimmt, voll das Muster, ne? Nee, nee, die ist aus so einem, guck mal, die geht auch hier am Arsch und alles. Also, genau. Steht auf jeden Fall bei mir hier im Schrank und ich ordne die immer, die Parfums, nach dem, was ich trage und was ich halt nicht so trage, aktuell. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, je nachdem, wie groß die Sammlung ist. Da sind ja dann auch Düfte dabei, die man halt gerade nicht trägt, deshalb habe ich das einfach so ein bisschen, hier ist übrigens auch ein Deo drin, aus irgendeinem Grund. I don't know. Und deshalb, ich ordne die jedenfalls immer und gucke dann, dass ich die Sachen, die ich in der aktuellen Jahreszeit trage oder die einfach ich allgemein gerne trage, dass die in dieser Kiste drin sind. Da muss ich einfach immer nur, da muss ich nicht so überlegen, was ich jetzt trage, weißt du, weil ich habe ja jetzt inzwischen auch, glaube ich, 50 Parfums oder so, also schon relativ viel, wie ich finde. Und da muss ich dann einfach, kann ich einfach dann hier reingreifen, nehme mir was raus und trage das, beziehungsweise es ist so meine kleine Auswahl von den Düften, die ich wirklich gut finde aktuell. Dementsprechend, genau, wollte ich heute mal mit euch so ein bisschen über das Thema Herbstparfums sprechen, also Düfte, die ich aktuell einfach trage. Jetzt, äh, vielen Dank erstmal für den Gifted Zap mit 15 Gifted Zaps, Les Samourais jetzt schon, das freut mich enorm. Ich finde auch ehrlich gesagt wirklich, äh, Blicor Street, das Parfum, äh, das Herbst die schönste Jahreszeit für Parfum ist tatsächlich. Warum? Weil du halt relativ viel tragen kannst. Du kannst noch etwas frischere Düfte, äh, damit euch hier nicht das, das Hirn weggeballert wird. Genau, Herbst auf jeden Fall eine geile Jahreszeit für Parfum, aus dem Grund, dass du auch noch relativ frische Düfte tragen kannst, die du halt auch im Sommer getragen hast. Vielleicht ist es nicht die super frischen, aber halt zumindest so ein paar Zitrusdüfte kann man tragen. Werden wir auch noch sehen, dass hier noch ein oder zwei drin sind, die ich auch jetzt im Herbst trage. Du kannst aber auch schon die ganzen Winterdüfte tragen. Also die ganzen harzigen, süßen, tiefwürzigen und sowas alles, das kannst du alles raushauen. Ich werde gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Es werden nämlich nicht sehr viele Designer hier drin sein. Ich weiß gar nicht, ob hier überhaupt ein Designer drin ist. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber ansonsten ist es einfach die Nischen-Edition. Und wenn ihr euch für Designer-Herbstdüfte interessiert, dann mache ich gerne nochmal, stelle ich was zusammen, was ich jetzt aktuell aber auch nicht besitze. Also ich habe einfach nicht viele Designer-Düfte, deshalb ist es jetzt so ein bisschen der Nischen-Fokus. Genau, bevor ich das aber noch tue, wollte ich noch eine kurze Sache ansprechen, weil heute gab es tatsächlich in dem ein oder anderen Parfum-Forum so ein bisschen was, wo ich mich gewundert habe, dass da über mich gesprochen wurde. Da haben sich ein paar Leute irgendwie negativ geäußert zu mir und es ging alles damit los, dass es irgendwie, Benjamin kann das auch in den Chat schreiben, weil Benjamin, ein Zuschauer von mir, die Leute, die das jetzt im Nachhinein schauen und Benjamin nicht kennen, Benjamin ist in jedem Stream dabei und hatte mir das heute Morgen geschickt und hatte halt eben so ein Screenshot gepostet von wegen, yo, dass ich da irgendwie, weiß ich nicht, von der Seite so ein bisschen angemacht werde. Ich wäre abgehoben, arrogant und Zitat, eine Puppe von Herbert Stricker oder eine Marionette von Herbert Stricker. Und das wollte ich jetzt vielleicht auch einfach nochmal ansprechen, weil ich glaube, dass vielleicht der ein oder andere die Geschäftsbeziehung zwischen dem guten Herbert und mir nicht wirklich versteht. Ja, ich wollte euch da einfach ein bisschen auf die Sprünge helfen. Bei mir ist das alles klar, aber ich meine, es gibt halt auch immer Leute, die es irgendwie vielleicht nicht ganz so raffen, was da auch behind the scenes abgeht oder vielleicht auch nicht in die Beschreibung schauen. Wenn ich jetzt hier einen Herbert Stricker Duft zeige, ja, warte mal, wir haben auch hier direkt einen von der Herbstsammlung, nämlich den neuen Quattro Rosso. Übrigens, ich sage es an der Stelle auch, weil ich weiß, dass das Video viel Aufmerksamkeit bekommen wird. Das ist am 7.11., ja, also ab dem 7.11., 7.11. bis 11.11. könnt ihr euch aufschreiben, gibt es bei mir eine fette Aktion im Shop mit richtig fettem Rabatt und einigen Dreingaben. Also, wenn ihr euch zum Beispiel einen Duft bestellt, könnt ihr da ein bisschen was sparen und ihr bekommt außerdem was Nices noch mit dazu. Und deshalb kleine Werbeeinlage an der Stelle, weil wenn ich das als Video auf YouTube hochlade, ich bin ja ein alter Marketingfuchs, dann wird das wahrscheinlich viele Leute erreichen. Und deshalb an der Stelle der subtile Push. Schreibt es euch in den Kalender, Freunde. Oder abonniert meinen Newsletter. Das könnte man natürlich auch machen, dann bekommt man das nämlich alles mit. Aber wie dem auch sei, wenn ich so einen Duft hier in die Kamera halte, ja, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich vertreibe die Düfte, ne? Also, ich habe einen Online-Shop namens kaiporten.de, wieder kleine Werbeeinlage, da verkaufe ich den Bums, ja? Und ich weiß jetzt nicht, wenn jemand sagt, ich bin eine Marionette von Herbert Stricker, also erstmal grundsätzlich ist das ja absoluter, also es ist ja absoluter Unfug grundsätzlich, ja? Genau, Benjamin schreibt, es ging darum, dass die Roberto-Ugulin-Düfte zu hoch gelobt werden und du ein Stricker-Fanboy wärst, was ich sehr unpassend finde. Erstmal, wenn man nicht über Personen herzieht und zweitens ist es nicht sehr angebracht, dies auf der Staatsseite einer Community zu machen. Ja, ich meine, das ist natürlich jedem selbst überlassen, ne? Also, ich sage es mal ganz ehrlich, ich mache das ja auch. Also, ich fronte ja auch so ein bisschen gegen gewisse Leute, ne? Immer mal wieder in Videos erwähne ich das. Das heißt, ich kann das auch so ein bisschen nachvollziehen, wenn man jetzt, sage ich mal, ganz, ganz vorsichtig Kritik üben möchte an Personen, ja? Ja, also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein Zuschauer von mir selber, ich fühle mich aus irgendeinem Grund, habe ich das Gefühl, dass man mir auf den Schlips tritt. Oder ich habe irgendwie das Gefühl, der Kai macht nicht Videos, die ich gerne gucke. Dann ist natürlich erstmal so der Impuls, da auch jetzt, sage ich jetzt mal, einen Kommentar zu schreiben. Oder vielleicht, wenn das Thema zufällig in einem Parfumforum auf diese Thematik lenkt, dass man dann jetzt sagt, okay, ich finde den Kai nicht gut oder so, ja? Also, ich kann das durchaus fühlen. Der Unterschied, den ich halt nur immer sehe, ist, dass sich die meisten Leute, die auch in den Kommentaren sehr, sehr stark auftreten und immer die Fresse ganz weit aufreißen, dass diese Personen eben nicht mit ihrem Gesicht in die Kamera das sagen, ja? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Video sage, dass ich bestimmte Dinge an zum Beispiel Jeremy Fragrance nicht gut finde, dann ist da der Unterschied ganz einfach, dass ich das mit meinem Gesicht mache und mit meinem Klarnamen und man ganz deutlich sehen kann, dass ich das sage, ja? Und wenn du dich halt hinter einem Kommentarnamen, sage ich jetzt mal, versteckst, ist das, finde ich, ein bisschen anders. Und naja, ich finde das auch nicht besonders löblich, da jetzt zu hart irgendwie auf Leuten rumzuhaten. Ich würde zum Beispiel nicht in einem Forum hingehen und in einem Forum dann schreiben, dass ich Jeremy Fragrance scheiße finde. Also erstens finde ich den nicht scheiße, um das mal ganz klar so zu sagen. Auf der anderen Seite, also ich finde ihn nicht scheiße, ich finde einfach nur manche Dinge, die er tut, nicht gut. Und das sage ich dann auch. Und vielleicht sage ich das auf ein bisschen eine lustige Art und Weise. Also ich finde das lustig und der Twitch-Chat findet es in der Regel auch lustig. Und die Leute auf YouTube, da finden es viele lustig, aber nicht alle. Und diejenigen, die es nicht lustig finden, die beschweren sich dann halt. Okay, ich verstehe das, ja? Man muss halt auch ganz ehrlich sagen, ich würde mich niemals in einem Forum über jemanden auslassen, weil ich das einfach... Ich habe einen Instagram-Account. Jeder weiß, wie ich auf Parfumo heiße. Schreib mir eine fucking Nachricht, wenn du ein Problem mit mir hast, ja? Dann klären wir das. Ich bin jetzt zum Beispiel auch hingegangen, habe halt dann jemanden, der da gepostet hatte, angeschrieben. Habe gemeint so, hey, weil ich hatte auch schon mal mit dem zu tun tatsächlich. Habe gemeint, hey, haben wir eigentlich irgendein Problem? Weil ich hatte jetzt ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass wir nicht miteinander klarkommen. Weil wir haben halt, irgendwie habe ich ihm mal geantwortet und so. Ich fand das halt dann, war dann halt so, jo, woher kommt denn dieser Missmut? Und dann hat er das erklärt und jetzt sind wir halt, habe ich ihm halt auch nochmal geantwortet, weil da einiges in den falschen Hals gekommen ist. Und ich glaube, sowas könnte man auch super easy aus der Welt schaffen, wenn man mir einfach privat schreiben würde. Aber so einen Kommentar zu schreiben, von wegen, du bist so arrogant geworden, sorry, aber wer nimmt das denn ernst? Also, weißt du, wie viele Kommentare ich jeden Tag kriege? Das, also jetzt wirklich, das ist jetzt wieder Hashtag abgehoben an der Stelle, weil ich viele Kommentare bekomme, weil ich ein YouTube-Creator bin. Ohoho, schlimm. Aber es ist so, ja. Ich kriege viele Kommentare und viele Scheiß-Kommentare. Und die Scheiß-Kommentare landen in der Regel halt im Müll. So, was soll ich denn tun? Also, woher soll ich denn wissen, dass das jetzt wirklich ernste Kritik ist, die du bringst? Und dass ich mir das irgendwie zu Herzen nehmen sollte? Also, sowas, so viel schon mal grundsätzlich. Aber was die Sache mit dem Herbert ist, ich sag's ganz ehrlich, der Herbert hat bei mir in der Küche gesessen und wir haben zusammen Tapas gegessen. Ja, weil es einfach eine geschäftliche Beziehung ist, die wir haben. Das klingt jetzt gerade so ein bisschen wie so ein Aufklärungsgespräch, ja. Aber es ist so, ja. Also, ich meine, ich habe halt, ich kaufe von ihm Parfum für meinen Shop und verkaufe das an Kunden. Und deshalb ist doch ganz, ganz klar, dass sich diese Parfums, wenn zwei neue in den Shop reinkommen oder überhaupt erscheinen und grundsätzlich auch die Community das mega interessant findet, wenn jetzt einer von fünf, also einer von fünf oder zwei von zehn oder einer von zehn das nicht cool findet. Weil die irgendwie das Gefühl haben, dass ich jetzt zu so einem QVC-Kanal werde oder so. Was ja auch absoluter Bullshit ist, ja. Wenn eins von zehn Videos so ist, aber der Großteil ist halt immer noch relativ so, wie es am Anfang war. Ich mache Top-10-Listen, ich bewerte Sammlungen, ich spreche über einzelne Düfte. Abgesehen davon, dass das übrigens alles mega subjektiv ist und es da auch kein Richtig oder Falsch gibt. Auch was ihr schreibt, wenn ihr mit Düften nicht zurechtkommt, die ich mag, heißt das ja nicht, dass eure Meinung falsch ist und meine richtig. Sondern es ist einfach nur meine Interpretation. Aber es ist halt so, dass ich natürlich Düfte promote, die ich in meinem Shop habe. Also, und vor allen Dingen mache ich es halt nicht irgendwie so hintenrum, dass mir Markenprodukte schicken und ich dann die Produkte plötzlich gut finde, obwohl ich sie vorher nicht gut finde. So wie das manch andere sehr, sehr große Parfum-Influencer machen, ja. Also, ich mache es halt alles immer sehr transparent. Das heißt, es steht immer Werbung drin. Ich sage auch immer, dass es, oder wenn nicht Werbung drinsteht, mache ich zumindest deutlich, dass es die in meinem Shop zu kaufen gibt. Das heißt, die Geschäftsbeziehung ist eigentlich ersichtlich aus dem Ganzen. Und deshalb kann ich das absolut nicht nachvollziehen, wenn Leute sagen, ich wäre eine Marionette von dem. Ich finde auch übrigens, um das mal am Rande zu sagen, nicht alle Düfte geil von Ugolini. Ich finde die alle handwerklich sehr gut gemacht, weshalb ich sie grundsätzlich empfehlen kann. Aber sie alle tragen, tue ich nicht. Und die Düfte, die ich trage, darauf fokussiere ich mich und die pushe ich dann halt in meinen Videos, weil ich sie halt auch verkaufen will. Weil ich glaube, dass es gute Düfte sind. Ich habe die vorher gut gefunden, bevor ich sie angeboten habe in meinem Shop. Und das ist erst danach gekommen. Und ich finde, es ist eine geile Schnittmenge. Weil ganz ehrlich, was ist denn geiler, als Produkte zu verkaufen, die du selber trägst und die du selber geil findest? Das ist auch bei meinen Haarwachsen so, die ich anbiete. Das ist bei meinen Bartölen so. Und das ist einfach das Geile. Ich habe erst Videos darüber gemacht. Es soll ja Parfüm-Influencer geben, die plötzlich Serge auf gut finden. Ja, Überraschung. Wow. Was für ein witziger Zufall, dass manche Parfüm-Influencer ein Paket von irgendeiner Marke bekommen, die man bis jetzt noch nie gehört hat. Und es scheint dabei völlig egal zu sein, ob die Parfüm-Influencer fünf Follower haben oder 1,5 Millionen, wie so der ein oder andere auf dieser Plattform. Gibt doch mehr als einen, oder? Ich weiß es nicht. Gibt es mehr als einen, aber man muss ganz ehrlich sagen, dass es doch witzig ist, dass die das bekommen plötzlich und dann plötzlich ein Unboxing machen von der Marke. Hm, das ist aber komisch, ja? Es ist halt, es steht halt nicht da. Aber ich muss es einfach an der Stelle sagen, weil es mich natürlich auch irgendwo, denke ich mir halt so, hä, wie kann das denn eigentlich sein? Ich gucke nämlich auch Leute, die ich nicht sympathisch finde, gucke ich einfach nicht an. Überraschung. Die gucke ich einfach nicht an, weißt du was? Ich habe mir auch kein Video mehr von dem Patrick angeschaut seitdem. Ich finde ihn einfach nicht sympathisch. Also ich sage es so, ich finde ihn einfach nicht sympathisch, ich finde er ist irgendwie, kommt irgendwie Fake rüber. Und deshalb, nachdem ich auf die Sammlung reagiert habe, habe ich de facto kein Video mehr von ihm geschaut. Weshalb ihr ihn noch nicht mehr gesehen habt, weil ich darauf reagiert habe. So, genau. Also im Grunde genommen, Surprise, ich vertreibe die Düfte, deshalb mache ich dafür Werbung, weil ich habe natürlich auch ein berechtigtes Interesse, diese Düfte zu verkaufen. Was aber auch nicht heißt, dass ich die nicht gut finde. Denn ansonsten würde ich sie einfach nicht verkaufen. Wer will denn Sachen verkaufen, die er nicht gut findet? Also, das ist, glaube ich, selbstverständlich. Naja, soviel zu dem Thema.